Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir den Premium Wanderweg Bärenpfad. Er ist etwa 12 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Noch etwa drei Kilometer, dann kommen wir wieder am Auto an. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden. Die Tour ist aber auch für Familien mit größeren Kindern geeignet. Diese sollten aber etwas Kondition mitbringen, denn da gibt es einige knackige Anstiege. Wir bedanken uns, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch, über Kommentare würden wir uns auch sehr freuen und über ein Abo auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also bis dann und bis bald. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch etwa drei Kilometer, dann kommen wir wieder am Auto an. Die Tour hat uns relativ gut gefallen. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden. Die Tour ist auch für Familien mit größeren Kindern geeignet, sollten aber etwas Kondition mitbringen. Tata, 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 tata.